Moin moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Let's Play Tyrony. Und ich habe unsere Leute ein bisschen neu ausgerüstet und unser Inventar sortiert. Tötet im Schatten hat eine neue Waffe, das Bronzene Großschwert. Lyra hat einen neuen Bogen. Und ihren alten Bogen hat jetzt Tarion, aber da Lyra eher mit dem Bogen rumrennt, macht es glaube ich mehr Sinn, wenn sie das bessere Ding hat. Und der Rest ist für uns erstmal relativ nutzlos, bis auf den Schild, der könnte für Baric interessant sein. Den werden wir auch behalten, der Rest wird dann erstmal verkauft werden von dem Zeugs. Aber wir haben ja noch mehr Leute, mit denen wir reden können. Deswegen sage ich mal, hallo Kenrick, hast du etwas für mich fertig? Ah, okay, wir können ja quasi einmal von allen looten wahrscheinlich. Tyron, der Schwindler, hast du etwas gefunden, das mich interessieren könnte? Ja, wir looten quasi einmal von allen Beteiligten, die Sachen. Das ist gut zu wissen. Wir können aber auch diesen Turm weiter ausbauen, weil einen Trainer haben wir hier wie gesagt noch nicht, leider. Aber, das ist schon mal interessant, dass wir hier so viele Ausrüstungsliegenstände bekommen. Ein paar Lehrer wären halt interessant. Essensrationen brauchen wir eher weniger, momentan. Wir können ja auch den Turm ausbauen, das haben wir ja gelernt. Allerdings kostet das dann tatsächlich Unterhalt. Was ich aber mal schauen werde, zwei Leute können wir hier noch anheuern. Wen hätte ich denn gern? Einhandwaffen, parieren und Athletik ist eigentlich interessant. Hier, Ausweichen, Athletik. Die gefällt mir. Einhandwaffen, parieren und ausweichen. Wir holen uns Tanara. Wenn wir das nächste Mal hierher reisen, erscheint sie. Und, ja, ich glaube, das reicht mir erstmal. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir rasten einmal. Reisen dann einmal kurz runter und kommen dann wieder her. Wobei, stopp, wir reisen erstmal weg. Wir wollen ja noch Leute tauschen. Dann können wir gleich in unserer Gruppe trainieren. Ja, einmal in die Himmelfahrtshalle und dann wieder hoch. Die Frage ist halt, wir haben jetzt, wen wollen wir mitnehmen? Ich hätte wie gesagt App eigentlich gerne mal wieder dabei. Aber gerade jetzt, wo wir momentan unterwegs sind, will ich eigentlich nicht Baric mitnehmen, weil das führt zu nichts Gutem. Aber wir haben nur so viele interessante Gespräche. Ich hasse es immer, dass man sich auf Gruppenmitglieder beschränken muss. Ich werde mit Sicherheit irgendwann mal noch ein Playthrough machen, wo ich mich dann auf Baric fokussiere und sowas. Aber für jetzt ist es halt suboptimal. So, wieder hoch. Wir haben einen neuen Trainer da gleich. Gucken wir mal. Dann kann ich meine Gruppe einfach mal ein bisschen skillen. Ähm, wo, da, Tanara. Aber auch hier wieder. Sie ist, tönt im Schatten ist nicht schlechter. Aber wir bleiben erstmal bei ihr. Wir bleiben erstmal bei der Gruppe, wie sie gerade ist. Du siehst eine in Bronze gekleidete Frau, deren Ausstattung fein säuberlich gepflegt ist. Die Lederschnallen ihres Brustpanzers zeigen Spuren von frischem Öl. Und die Schuppen auf ihrer Rüstung wurden ordentlich arrangiert. Sie verbeugt sich schnell, als du dich näherst. Schicksalsbinder? Ihr Gesichtsausdruck ist neutral und in ihrem Tonfall erkennst du erzwungene Höflichkeit. Ich bin bereit zu dienen, wie gewünscht. Obwohl das alte Apex nicht mehr ist, bin ich bereit, dir dabei zu helfen, deinen neuen Platz in den Stufen zu finden. Du solltest Unterweisungen im Kampf benötigen, werde ich dich unterstützen. Gut, ich bin erstmal neugierig. Hast du dein ganzes Leben in Apex verbracht? Ja, und ich bin stolz darauf. Es gibt keine ehrenvollere Pflicht, als die, deinem Land zu dienen. Apex Herausforderungen sind zahlreich. Und sie werden in der Fremde kaum angesprochen. Dieses Tal wurde immer und immer wieder angeschriffen. Was wäre verblieben, wenn wir uns unserer Wachsamkeit nachgelassen hätten? Nicht viel vermutlich. Wie gehst du an die Ausbildung heran? Zuallererst Entschlossenheit beibringen. Wir alle brauchen einen Zweck für die Kämpfe, die vor uns liegen. Und wenn du nicht weißt, wofür du auf dem Schlachtfeld dein Blut lässt, ist es nur zu leicht, sich Angst und Schmerzen hinzugeben. Und hauptsächlich Disziplin. Die Vendrien-Wache hatte zu jeder Zeit hitzköpfige Rekruten. Und sie werden jetzt alle tot, wenn sie jedes Mal, wenn ihr Blut kochte, vorgestürmt wären. Gut, ich würde gerne üben. Und zwar... Hergieren oder Ausweichen, das ist die Frage. Was nutzt er denn? Das ist die Frage. Hier ist es etwas einfacher. Hier ist klar, dass sie Ausweichen verwendet. Bei Landry bringt das alles nicht so viel. Höchstens Wurfwaffen. Von daher skillen wir das mal ein bisschen. Und bei ihr können wir nicht wirklich was Sinnvolles trainieren. Na wobei, sie benutzt ja die Zweienwaffen als Einhandwaffen, also trainieren wir einmal hier durch. Gut, Tarion. Was verwendest du für ein Skill? Gucken wir uns mal deine Waffen an. Beziehungsweise, was haben wir hier? Wo sehe ich das? Verteidigung. Ausdauerverteidigung. Nein, das sind andere Sachen. Da. Parieren. Und Ausweichen. Ausweichen verteidigt gegen Ferneangriffe durch Bögen, Wurfschwere oder Zauber. Parieren wäre eher Nahkampf. Gut, da ist Nahkampf tatsächlich sinnvoll, also parieren. Ich würde gerne üben. Und einmal parieren durchspammen. Dankeschön. Das ist recht zufriedenstellend. Wie gesagt, wir bleiben aber erstmal bei der Gruppe, also heißt es rasten. Ruht euch aus, werdet fitter. Und irgendwann demnächst werden wir noch mit Barik und App und allen möglichen anderen sprechen. Aber jetzt haben wir wieder zu tun. Und zwar auf zu den Rostschluchten. Mal sehen, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall gleich erstmal wieder ein Sendschreiben. Ich finde das ziemlich cool gemacht mit dem Sendschreiben, dass wir parallel quasi überbriefende Storyline haben, so ein bisschen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Hier sieht es wieder ähnlich gut in Schuss aus. Mal gucken, ob es... Wir haben einen Sendschreiben. Aber ich muss sagen, ich werde euch erst... Die eisernen Rüstungen der von Kylos getöteten Soldaten sind zwischen den Felsen verkeilt. Das Fleisch wurde nach und nach von den magischen Winden abgetragen. Nur noch rostende Rüstungen und Waffen lieben zurück. Sehr appetitlich. Ein ungebrochener Soldat, dem ein Pfeil in der Schulter, ein anderer im Oberschenkel steckt, kämpft sich mühsam auf die Beine. Er versucht stehen zu bleiben, doch seine Muskeln sind zu schwach. Geht es dir gut, Soldat? Er wendet sich dir verblüfft zu und blickt dich über die staubige Weite aus zusammengeknifften Augen an. Er scheint dich kaum erkennen zu können. Ich hatte schon bessere Tage, du Marde. Aber selbst wenn ich hier sterbe, zumindest ist heute für mich der Tag, an dem du mich nicht zur Belustigung deines Akonten in eine stinkende Bande gezwungen hast. Er spuckt aus. Bevor er fortfahren kann, hört ihr beide das Geräusch von Eisenstiefeln, die schleppend näher kommen. Also ich merke, dass es uns übel nimmt, dass wir Matthias angeheuert haben. Ein geschmählter Soldat nähert sich ruhig aus westlicher Richtung. Er blickt mit verächtlich hochgezogener Lippe auf den verwundbaren Südländer herab und schüttelt missbelegend den Kopf. Schwach und gebrochen. Gefangene sind zu leichte Beute. Deine Flucht war mutig, aber verflucht töricht. Er hebt sein Schwert und richtet es auf das Herz des Ungebrochenen. Er ist bereit zuzustoßen und ihn damit auf den schmutzigen Boden zu spießen. So, wisst ihr was? Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Deswegen lasse ich jetzt den Zufall entscheiden. Wir lassen jetzt den Zufall über das Leben eines Mannes entscheiden. Und ich werfe eine Münze. Und der Zufall hat gesprochen. Sofort damit aufhören. Der Soldat mustert sich von oben bis unten. Du bist doch diese Chorratte, die dem General in Wendelins Brunnen auf die Pelle gerügt ist, oder? Wenn du hier bist, um diese Südländer zu rekrutieren, dann werde ich ihnen den Schmerz nur zu gerne ersparen. Mit einer raschen Bewegung rammt er dem Mann sein Schwert in das Herz und nagelt ihn damit in der rostigen Erde fest. So much for that. Der Soldat der Geschmähten dreht sich zum Lager der Ungebrochenen um. In seiner Stimme liegt Frust. Dann schaut er dich an und wieder zu den Festigungen hinüber. Elia! Anscheinend hat ein sinnloses Graben den Chor angelockt. Was meinst du, wie lange diese Wände wohl noch standhalten können, während sich sämtliche Truppen von Kairos versammeln? Okay, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Auf einer erhöhten Plattform hinter der Wand nähert sich den entschlossenen Schrittes eine Frau. Sie hebt einen Speer und schleudert ihn auf Theodor. Sie flucht, als er an den Felsen zersplittert. Ich hab so die Schnauze voll davon, dir zuzuhören. Brüll lieber bei der Festung von jemand anderem herum und hör endlich auf, mir mit dem Erjagen unbewaffneter Gefangener imponieren zu wollen. Vielleicht macht dein Draufgänger-Tubli-Dame im Norden ja ganz wuschig. Mir aber sagt das nur, dass deine Schamkapsel noch leerer als dein Schädel ist. Sie nimmt dich mit hochgezogener Augenbraue zur Kenntnis. Ich glaube nicht, dass wir einander schon vorgestellt wurden. Ihre Miene verdüstert sich. Ich habe diese Befestigung errichtet, um Idioten fernzuhalten. Du bist kein Freund von Theodor, aber ich weiß nicht, was du für mich darstellst. Elia, jetzt ist er dein Problem. Ich komme später zurück, um in diesen Müllhaufen zu holen, den du ein Vornennst. Theodor wirft dir einen ernsten Blick zu und zieht sich dann ins Dämmerdunkel der Winde zurück. Okay. Ich habe ihn. Schauen wir erstmal, was wir hier finden. Uh, noch ein schöner Bogen. Und ein schwerer bronzener Helm. Gucken wir mal, was dieser Bogen kann. Weniger SPS, aber deutlich erhöhte Reichweite. Ja, ist aber generell schwächer, den wollen wir nicht nehmen. Den schwächer ebenfalls nicht. Wie ich sehe, haben andere versucht, diesen Ort einzunehmen. Mit schmerzhaften Resultaten. Sieht sehr danach aus. Dann looten wir mal weiter. Und ich sage, hallo Elia. Der Hauptmann der Ungebrochenen blickt von der erhöhten Plattform hinab. Sie steht mit ihrem schweren Stiefel auf einem Axtkopf, der in die hölzernen Polen gehauen ist. Sie ergreift den Griff, als du dich näherst. Was haben wir denn hier? Der Sturmbeschwörer, wenn ich mich nicht täusche. Elia blickt stirnrunzelnd auf dich hinab. Mit dem Erdikt der Stürme hast du uns wirklich ordentlich in die Scheiße geritten. Aber du hast uns zumindest vorher gewarnt. Das verdient ein klein wenig Respekt. Matthias hat mir eine Nachricht gesandt, dass ich dich erwarten soll. Er sagt, wir sollen mit dem Korb zusammenarbeiten, um uns an den Geschmähten und dem Regenten zu rächen. Für gewöhnlich würde ich einem roten Vogel nicht trauen. Aber ich kenne die Handschrift unseres Hauptmanns. Das Ganze klingt mir nach einer Wagenladung Bestienscheiße. Aber ich habe keine Zeit, um ihm meine Meinung zu schicken. Die Geschmähten sitzen mir im Nacken. Ich höre nicht an. Und wenn mir gefällt, was ich höre, dann höre ich weiter zu. Aber mehr kann ich nicht versprechen. Ich habe genügend fähige Soldaten, um einen Angriff der Geschmähten recht kostspielig für den Akonten der inzestuösen Torfnasen zu machen. Aber das macht unsere Lage nicht wenig aussichtslos. Glaubt ihr wirklich, dass ihr gewinnen könnt? Ich könnte heute sterben, meine Überreste von Kairos Sturm fortgetragen. Und das unbeugsame Land bleibt vielleicht nur eine Generation lang ein Ödland, aber unser Volk wird sich erinnern. Diese Erinnerung wird ein Durst erwecken, der nur durch das Blut des Oberherren gestellt werden kann. Diese Hoffnung reicht aus, um meinen Widerstand aufrechtzuerhalten. Warum haben die Geschmähten dieses Vorn noch nicht zerstört? Ich weiß es nicht. Vielleicht warten sie ab, nun, da wir im Lager festsitzen. Ich habe den Verdacht, dass die Soldaten, die wir hier sehen, nur eine Vorhut sind und noch mehr kommen. Die Geschmähten sind mein Feind. Ich suche Graven Aches Tochter einen Wachplatz. Du kommst den ganzen weiten Weg nur wegen einer einzigen Gefangenen? Ich kann mich nicht recht entscheiden, ob das beeindruckend oder eine völlige Vergeudung von Ressourcen ist. Vielleicht beides. Eine Ratsstimme wird wohl seine Gründe dafür haben, die Tochter seines Feindes zu suchen. Nicht, dass ich sie wissen möchte. Matthias hat uns in die Rostschluchten geschickt, um nach Artefakten des Regenten des unbeugsamen Landes zu suchen. Wenn wir finden, wonach wir suchen, können wir damit vielleicht nach Wachplatz gelangen. Hilf uns, diese Geschmähten zu begraben. Dann sage ich dir, was ich weiß. Was gibt es zu tun? Vorerst bin ich schon zufrieden, wenn wir dieses Vorher gegen die Geschmähten halten können. Der Kampf kommt schon zu uns, ob wir darauf vorbereitet sind oder nicht. Meine Speer melden, dass sich die Truppen der Geschmähten nähern. Ihr solltet euch also besser zur Schlacht rüsten. Wir können auf dem Schlachtfeld jeden Vorteil gebrauchen. Elia mustert dich und nickt. Einige unserer Männer wurden von den Geschmähten vor dem Lager gefangen genommen. Kümmere dich um Kairos-Soldaten und rette die unseren. Dann haben wir zumindest einige Männer mehr, die wir unseren Feinden entgegenwerfen können. Sie stellt sich den rauen Winden noch energischer entgegen. Je früher Theodor, wie seine Landsleute, den Löffel abgibt, desto eher komme ich von diesem Müllhaufen herunter. Okay. Rein dürfen wir scheinbar noch nicht. Dann schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Was haben wir denn da? Hallo? Der Plünderer nickt, als sich eure Blicke treffen. Okay, wir dürfen durch. Sehr schön. Wir dürfen durch und looten. Und ich sehe da hinten schon was. Nämlich Äh, wie heißen sie? Es ist ein Eisenschreiter, aber wie heißt die Gruppierung? Ich habe gerade erst den Namen der Gruppen ver... Ja, geschmäht. Das war's. Wie dem auch sei. Du da, ruft er eine Stimme aus der Grube zu. Überall in der Grube liegen aufgespießte Soldaten herum und die wenigen Überlebenden ringen nach Luft. Diese ungebrochenen Hunde haben uns hier zum Ausbluten und Vergammeln zurückgelassen. Bitte hilf uns. Wir haben Informationen. Wertvolle Informationen, die nur die Geschmähten wissen. Wenn du uns die Freiheit gibst, werden wir dir alles sagen, was wir wissen. Bleibt erst mal da drin. Der Gestank von Menschen, die in ihrem eigenen Unreit gebadet sind, steigt aus einer mit Spießen umzäunten Grube hervor, äh Empower, die in der einst Gefangene eingesperrt waren. Ich finde etwas. Oh, ein Fadebinder. Es gibt Prismer in diesem Pid da. Ein zerbeuter Helm. Ah. Das kann man in den Turm bringen. Sehr schön. Die wollen weiter mit mir reden. Vielleicht geht jetzt mehr. Nein. Wir können sie töten. Aber wir können... Also ich würde gerne... Also ich würde eigentlich sehr gerne mit denen reden und die Informationen holen, aber die Möglichkeit habe ich scheinbar gerade nicht. Wahrscheinlich müsste ich dafür erstmal mit denen reden und versuchen, die zu befreien. Quasi freikaufen, so nach dem Motto. Vielleicht sind die Geschmähten auch zu einem Tausch bereit. Gefangene gegen Gefangene. Wer weiß. Wir schauen uns auf jeden Fall erstmal um. Und dann stehen wir mal hier nach oben. Mit Elia haben wir ja schon gesprochen. Da kommen wir da ja nicht dran gerade. Gut, gehen wir erstmal hoch. Eine zerlumpte Flagge des unbeugsamen Landes weht sanft im Wind. Sie markiert die Stelle, an der ihr einstiger Besitzer durch das Edikt der Stürme starb. Und da sind sie ja. Looten wir erstmal. Wie üblich werden wir es erstmal mit Diplomatie versuchen. Ich sage mal, hallo. Wer ist da? Ach, du bist es, Schicksalsbinder. Ich wünsche, du hättest vorher nicht Zeuge dieser unfeinen Begebenheit werden müssen. Elia und die Iren haben mir einiges an Ärger gebereitet. Er runzelt die Stirn und verstärkt seinen Griff um das Schwert. Ich weiß nicht, ob du hier bist, um Artefakte zu plündern oder Soldaten für deine schäbige Bande zu rekrutieren. Aber beides ist nutzlos. Diese Männer sind die Besten, die ich habe. Und bin mehr als fähig, mit Tuners Botenjungen fertig zu werden. Schauen wir mal. Ich glaube, wir sagen, Halt ein, ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Aber du bist auf einem ziemlich, ziemlich guten Weg, mich dazu zu zwingen. Wenn du glaubst, dich selbst von der Rechtschaffenheit deine Sachen zu überzeugen, ist genug, auch tun und zu überzeugen, dann mach nur mit deinem Getur weiter, Rechtspfleger. Hoffentlich hängt sich der Richter deinen Pelz ans Ende seines Hammers. Ruhig lächelnd gibt er seinen Soldaten das Zeichen zum Angriff. So much for that. Okay, ich würde sagen, wir beginnen mit Zertrampeln und zwar nach da hinten. Einmal alle umwerfen. Und ich werde nicht hier oder fokussen. Ich werde tatsächlich den Halbmondläufer da hinten fokussen. So, das war ein schöner erster Angriff. Und jetzt würde ich sagen, Zeit für eine Schampede. Beziehungsweise die Schampede lieber, eigentlich lieber auf jemand anderen. Nein, stopp. Hier. Hm, so. Lyra darf sich ein bisschen mit dem kloppen, genauso wie er. What? Der Angriff wurde unterbrochen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sie sitzt da ganz schön in der Falle. Und wir haben wieder vergessen, Heiltränke reinzupacken. Ähm. Das ist, glaube ich, gerade gar nicht mal so blöd, der Angriff. Machen wir einmal so. Machen wir das gleiche hier. Und hier. Und du darfst mal versuchen, deinen zu heilen. Weil sie sonst ein Problem hat. So. Wow. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ähm. Ähm. Moment. Nein. Äh. Zweiter Atem. Nein. Zweiter Atem. Ähm. Die Tilgung des Protokolls. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll an der Stelle. Und du darfst dem da mal die Rüstung zerlegen. Komm schon. Erleih dich den jetzt schnell. So. Okay. Das ist gut. Ähm. Lantry hat die Schicksalsbinde und Gruppenmitglieder in der Nähe schnell. Gut. Du gehst da hin. Tatsächlich will ich jetzt mal den Tod von oben gerne einsetzen. Bei demnächst. Sagen wir es mal so. Feiern wir noch ein bisschen da hin. Nein. Für die Glorie. Und jetzt hätte ich gerne einmal beschleunigen. Warte mein Signal. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Tötet im Schatten es bewusstlos. Komm schon. Tötet was. Tötet was. Schnell. Macht hinne. Das läuft gar nicht gut. Lyra. Du gehst hier hin. Du buffst dich jetzt mal selbst. Und eigentlich wäre so ein schönes Bluttränkstein mal ganz sinnvoll, glaube ich. So. Selfie. Lantry hat gerade echte Probleme. Das ist nicht gut. Für die Glorie von Kairos. Immer schön weiter draufhauen. Immer schön weiter draufhauen. Lantry, du kannst nochmal buffen. Nochmal beschleunigen, bitte. Dankeschön. Die kommen halt nicht durch die Rüstung durch. Das ist das Problem. Komm schon. Tötet den. Dankeschön. Erlebt noch. Erlebt noch. Erlebt noch. Ach, komm schon. Lantry macht an Theodor quasi keinen Schaden. Dann sage ich, es greifen wir da hinten an. Aber Theodor ist am Boden. Geht doch. Endlich. So, du gehst da hin. Du haust auf den drauf. Und damit sieht es mit dem Kampf schon deutlich besser aus. Hightrank. Jetzt. Und dann Selfie. Und damit bleibt nicht mehr viel. Das ist nicht ein Problem, Boss. Nein. Ach, geht doch. Komm schon. Tötet ihn. So. Sehr schön, Lantry. Zünd mir doch mal einen Gegner an. Na, hopp. Mit dem in den Nahkampf. Und ein Selfie. Sieht gut aus. Kommt schon. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Das ist useless. Ich sollte etwas anderes versuchen. Lantry und Tarion machen halt beide quasi keinen Schaden. Das ist das Problem. Na, geht doch. Oh, okay. Lantry ist verwundet. Tötet im Schatten ist verwundet. Das ist nicht weiter überraschend. Oh. Hammer der Eisen gebundenen. Das Zeug sieht interessant aus. Wir looten auf jeden Fall erstmal. Und dann kümmern wir uns gleich um die Gefangenen. Und der Kampf hat das jetzt ganz schön gezogen. Ich sollte einen Cut setzen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schaue ich mal in aller Ruhe, was mit den Gefangenen so los ist. Bis dahin. Hör da rein. Hör da rein.